So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben schon mal Wagner Brezelpizza getestet. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Da gab es von Wagner die Brezelpizza. Alle haben gesagt, was ist das denn? Richtig toll. Ja, das muss ja richtig genial sein. Die gab es in zwei verschiedenen Variationen. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, welche Sorten das waren. Die habe ich auf jeden Fall beide geholt, beide getestet. Manche Leute haben nur eine geholt und getestet, haben dann gesagt, sie haben die Nase voll. Dann gab es plötzlich Brezelpicolinis. Die habe ich, glaube ich, komplett gemieden, obwohl die auch noch mal eine ganz andere Sorte hatten. Und jetzt beim Rumschlendern sehe ich, es gibt wieder zwei neue Variationen, zwei neue Sorten von der Wagner Brezelpizza. Das steht zumindest neu drauf. Einmal haben wir hier die Original Wagner Brezelpizza im Flammkuchen-Style. Und die andere hat einen Hütten-Style. Die möchte ich beide testen, aber jede kriegt ein extra Video. Das heißt, die Hütte legt man erstmal hier hinten ab. Wir kümmern uns heute direkt um die Original Wagner Brezelpizza. Mit Brezelrand, also wirft Brezelrim. Wird im Ofen Brezelbraun. Turns Brezelbraun in the Ofen. Hat Nutris Corde. Müsste P heißen für Pizza. Das wäre super. Und dann ist es ein Flammkuchen-Style. Das ist ja auch so richtig rot, feurig-rot drin. Also das ist so weinrot, ja. Flammkuchen-Style. So, braucht man jetzt da Brezelpizza im Flammkuchen-Style. Und man kann sich auch Flammkuchen so direkt kaufen und machen. Dann hat man nicht diesen störenden Brezelrand. Was steht sonst noch drauf? Wahrscheinlich nichts Wichtiges. Echt Wagner, echte Verantwortung. Echt coole Ideen. Den Rest hinten sparen wir uns aber. Wir lesen nur nochmal dieses. Pizza mit Brezelrand. Belegt mit geräucherten Schweinebauch. Boah, das finde ich ja meistens abartig, weil das immer so eine komische Muchte hat. Ob das hier so ist, sehen wir gleich. Frittierten Zwiebeln. Und Rohschinken. So, mehr ist da gar nicht drauf. Doch, und zwar Mozzarella, Frischkäse, Doppelrahmstufe, Emmentaler. Das sind die großen, dicken Worte, die so beschriftet sind. Wir holen die jetzt also raus. Im Brezelrand. Also eigentlich essen wir jetzt ja einen Flammkuh. Der Adi lag gerade noch da auf dem Stuhl. Dahinter ist die Molly. Jetzt hat er sich umgelagert. Die haben wir hier. Die ist richtig, also die kann sie drehen. Das ist jetzt hier Ufo-mäßig. Ich mache das hier einen hoch. Pack mal raus. In letzter Zeit gab es so viel Pizza. Immer wieder neue Pizza. Ich bin immer noch auf der Suche nach der Batman und der Joker-Pizza. Aber jetzt müssen wir dazwischen erstmal diese Brezel-Pizza hauen. Das sieht gut aus, oder? Sieht das nicht gut aus? Das ist das hier der Käse. Und das sind so Schinkenwürfel. Und nochmal Käse. Da kann ja nichts schief gehen. Hier haben wir mal schnell den Ofen. Gucken wir, dass die nicht brezelbraun wird. Sondern, dass die latschig und matschig wird. Und dann gucken, wie es schmeckt. Aber vorher zeige ich euch nochmal das. Da ist der Adi-Schatz. Adi-Schatz, alles Gute. Da ist die Molly-Maus. Also eigentlich lag der gerade da. Also eigentlich hat er hier gelegen. Aber ich habe den Stuhl genommen, darüber gestellt und habe den Stuhl von dort hier hin. Das hat ihm wohl nicht so gepasst. Jetzt hat er einfach seinen Platz gewechselt. So, der Flammkuchen-Style ist fertig. So sieht er jetzt aus. Ich muss sagen, sieht ja recht appetitlich aus. Es ist außen schön eine helle, gelbe Käseschicht. In der Mitte wird die Käseschicht aber orange. Das muss man sich mal vorstellen. Der braune Brezelrand. Umrundet das Ganze. Herrlich. Guckt euch das an. Also, es ist auf jeden Fall was fürs Auge. Fürs Thumbnail hauen wir es jetzt auch hier rein. Das Thumbnail, das sitzt auf jeden Fall, wie der Ramm sitzt, auf dem Stuhl. Jetzt schneiden wir die natürlich auf. Gehen wir einmal hier durch. Einmal hier rüber. Einmal zurück. Irgendwie werde ich aber das Gefühl nicht los, dass das gar nicht alles neu ist. Es gab es nicht schon Flammkuchen-Style. Oder gab es schon Hütten-Style. Irgendwas war doch mit Käse. Und irgendwas anderes war mit Ham. Schinken-Ham. Wahrscheinlich gab es einfach nur vier Käse. Und es gab Ham. Jetzt gibt es halt Flammkuchen-Style. Was halt dann wie Ham ist. Und dann gibt es... Egal. Das gibt es auf jeden Fall auch. Also irgendwie ähnen sich so viele Sotten immer. Oder es ist immer nur leichtfüßig was anderes. Oder manche verkaufen euch was. Curry King. Curry King hat dann jetzt Oktober... Also ich nehme das jetzt hier im Oktober auf. Anfang Oktober. Curry King hat vor vier Jahren eine Curry King Oktoberfest-Style Curry King Variante rausgebracht. Die habe ich probiert. Vor vier Jahren getestet. Weil da haben sie das Kitschen hochgeladen. Jetzt aktuell in der Werbung findest du... Neue Curry King Oktoberfest-Style. Das ist genau das, was sie vor vier Jahren schon mal rausgebracht haben. Und sie verkaufen es euch jetzt als Neue. Neue. Und die Leute sagen... Wow, was es nicht alles gibt. Und du denkst... Alter, die ist zurück. Okay, aber sag doch nicht neu dazu. So, wir haben jetzt hier so ein Riesenstück. Das hängt nicht durch. Das steht gerade. Wir beißen mal in die Mitte. Auf jeden Fall sehr dünner. Knuspriger. Aber gleichzeitig auch weicher. Boden. Wie geht das? Super Boden. Also mir gefällt der Boden hier richtig gut. Und der Geschmack... Es ist so geschmacksintensiv, dieses kleine Stück. Der Käse oben ist auch richtig irgendwie kross und knusprig. Du merkst den aber richtig cheesy. Richtig brachial. Dieser Orange, dieser Emmentaler, keine Ahnung. Aber die Schinkenwürfel. Sau zart. Sau salzig. Sau genial. Also du merkst hier wirklich deutlich raus. Schmecken nicht eklig nach Schwein. Sondern einfach wirklich nur köstlich. Appetitlich. Finde ich wunderbar. Erinnert mich zwar trotzdem an einen Flammkuchen. Nur ein bisschen anders. Finde ich wahrscheinlich sogar besser als einen Flammkuchen. Weil die Flammkuchendinger, die du dir so kaufst, die sind ja meistens so rechteckig. Und das ist halt Pizza. Pizza. Flammkuchen-Style. Besser als Flammkuchen. Aber jetzt vergleicht nicht mit irgendwelchen, die ihr so zu kaufen kriegt. Auf irgendwelchen Jahrmärkten. Ich nehme das einfach so, was du so gefroren immer kriegst. Beißen wir hinten in den Brezelrand. Das hat auf jeden Fall auch was. Bei Pizza ist der Rand ja immer so extrem unterschiedlich. Also du hast mal einen Rand, der es Knüppel hat. Dann hast du einen Rand, der ist innen drin einfach nur noch hohl. Dann hast du einen Rand, der ist sehr weich. Dann hast du den Rand, der ist gefüllt. Also immer ist der Rand überall anders. Aber hier, du könntest den Rand komplett abschneiden und könntest den einfach essen wie eine schöne warme Brezel aus dem Ofen. Wer das mag, wer da Bock drauf hat, finde ich das gut. Also da, wer da den Rand wegwirft, der ist selber schuld. Hier schmeckt der Rand, passt zum Rest der Pizza. Das ist eine gute Kombination, alles mit dem Flammkuchen-Style und dem Brezelrand, muss ich sagen, echt gut. Jetzt auch gerade Oktoberfest, Oktoberfest Zeit wieder. Alles in einem Kotzen und Saufen, außer ich. Und deswegen gönne ich mir das, um ein Stück Bayern nach Hause zu kriegen. Wir beißen jetzt mal noch hier quer, was wir Rand und Pizza Inneres haben. Also schmeckt auf jeden Fall richtig genial, muss ich sagen. Ich glaube, ich hatte die anderen gar nicht so gut in Erinnerung, weil, naja, da hast du halt dich nicht auf den Brezelrand konzentriert, hast auf den Geschmack gesetzt und diese Käsepizza war nicht so gut, wie der Flammkuchen-Stil. Diese mit Schinken-Ham war irgendwie langweilig, nicht so gut, wie dieser Flammkuchen-Stil. Jetzt habe ich natürlich noch meinen Tabasco, das muss nämlich auch mal leer werden, damit ich meine anderen ganzen Tabaskos aufmachen kann. Den knüppel mal und sitz noch hier drauf. Vielleicht schwimmt wieder alles raus. Und auch hier das Tabasco passt wie die Faust aufs Auge. Dieses leicht scharfe, dieser Weinbrand-Essig, das leicht säuerliche, wenn es jetzt zukommt, sich mit dem Schinken so ein bisschen zusammentut, finde ich genial. Passt, wunderbar. Werde ich jetzt noch aufessen. Die andere packe ich in den Ofen, aber die seht ihr im nächsten Video. Wenn es dann heißt, tschüss Flammkuchen-Style, hallo Hütten-Style, mal gucken. Jetzt hier positiv überrascht. Die andere wird wahrscheinlich wieder ein Fail, aber das sehen wir dann. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.